She's so exciting, she's so exciting to me Neue Mission Der läuft immer noch langsam, warum? Ich muss hier vom Planeten runter Das ist ja grausam Also ich weiß ja nicht mehr, ob es am Planeten liegt Ich habe schon die Pre-Flight-Checkliste geliebt Das ist meine Frau Gorko? Okay Gucken wir mal, was uns erwartet Immer noch so langsam Es muss an meiner Ausrüstung liegen Ich habe ein Item, was mein Leiden Welches Leiden habe ich denn? Vergiftung Ich war vergiftet die ganze Zeit Aber irgendwas ist doch immer noch mit mir, oder? Maurice Leiden habe ich schon mal mit mir Ich dachte, dass ich hier führen ise Weil ich will immer noch mit mir Und wird froh Drink Ja sei boh courts Ich habilite los Und ich muss dir ich du wirst Max Du Und ichholm Ich habe auch。 Ich habe und wir Leiden aber auch was war Warum läuft er so langsam? Ah, weiß noch nicht, ob ich heute eins... Doch, ich lad nachher Fußball hoch. Ah, aber ja, nachher halt. Ich leg mal die Metallplatten einfach weg. Ich werde nicht mehr schneller, ne? Ich glaube, das ist ein Bug. Die Stadt ist weit entfernt, Alter. Meine Mutter wollte ich als Doktor. Doktor. All right. Mein Bruder-in-law hat sich zurückgezogen. Wir haben viele Barsen. Wo ging es denn hier noch mal hoch? Bin ich dumm? Oh, geh doch aus dem Weg! Oh, ja. Hm-hm. Hm? Oh, ja. 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 Vielleicht landen wir ja mal wieder beim Planeten, wo man das wegschmeißen, äh, verkaufen kann. Sollte aber generell nicht so viel Zeug einfach mitnehmen auch, ne? Und abheben. Let's gooooooo. 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 Let's gooo. Let's gooooooo. Wo muss ich diesmal hin? Nach Narion. Orbit von Prövo. Oder nach Velo, besser gesagt. Gucken wir mal, was da auf uns wartet. Was ist das? Das ist it. You're clear to land at Hulptown. Einmal andocken. Mal gucken, was da so Sache ist. Was ist das? Okay. Ich habe einen. Bitte sag mir, du bist hier um zu helfen. Nicht um zu versuchen, zu schnappen meine船. Du brauchst meine Hilfe. Ich würde mich schlafen, wenn es nicht so sehr schlossen hat. Ich trage eine Crew von Outlaws, die auf die Merchantschipfen haben. Die Böse haben mich geschluckt. Ich schlafen sie, aber sie haben ein paar gute Fälle. Wie man sieht, ich bin nicht in viel Form, um zu machen. Ich werde gut, wenn die Medikation aufstehen. Die Priorität ist jetzt die船. Ich kann nicht meine Arbeit ohne es. Ich habe sie genug zu holen, um zu hoffen, um zu hoffen. Die Rest kann sich da ab und da ab und da ab und da ab. Die Rechte können sich da ab und 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 da ab. Okay. Wir müssen das Schiff reparieren. Wie auch immer wir das anstellen, aber das werden wir jetzt sehen. Denk ich jedenfalls. Das war einfacher als gedacht. Dann einmal nach oben. Und einmal in den Keller. Das war so schwer. Das war so schwer. Das war so schwer. Danke. Das sollte mich nach Hause bringen. Ja, hoffen wir. Du bist richtig. Sie waren ziemlich gebeten, also ich glaube nicht, dass sie sehr weit sind. Aber wenn sie es zurückkommen, dann werden wir sie wieder finden. Moin. Miasa. Okay. Nach Miasa müssen wir uns begehen. Okay. Let's get back to that bank vault. Bye. Dum 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 dum. Ich denke, wir können froh sein, kein Bayern-Fan zu sein, weil die heulen gerade noch mehr rum. Obwohl die eigentlich gute Transfers getätigt haben. Aber Junge heulen die gerade rum. Das ist ja unfassbar, wie die rumheulen. Mirata, das ist der hier. Okay. Oh, wir sind noch angedockt. Wen meinst du mit A, B, K? Ach so, Bella Kotschab. Ja. Aber. Ich finde Bella Kotschab jetzt nicht so wichtig für uns, ehrlich gesagt. Vier theoretisch. Papadopoulos ist auch noch da. Darf man nicht vergessen. Das Problem ist halt, man hat halt gesehen in der Hinrunde, dass Mukuku alle nicht ersetzen kann. Und dementsprechend musste man halt handeln. Wir müssen Schilde schnell auffüllen. Und wir müssen den Antrieb wegmachen, dafür aber Laser hoch. Und ich gebe noch einen auf Raketen. Und hier lämpert mich, dass die Aufmerksamkeit hinzufügen. ibilität! Ja, ich habe auch noch gefordert. Guck16 Musik Ja, ich habe auch noch gefordert. Schiff Nummer 1 Let's go Ne, wofür Doppelspitze Einfach Einen erst nach paar Minuten bringen Ach Gott, ich bin gestorben Das hat nicht gut funktioniert 71. Minute Zack, fertig So Jetzt wieder Antrieb muss runter Schild muss hoch Ballistik brauchen wir nicht Dann haben wir noch 2 für Antrieb Dann haben wir noch 2 auf Ballistik Wir haben kein System für Doppelspitze Was ich viel schlimmer finde Ist, dass Matcher Die ganze Zeit bei uns jetzt spielen wird Auf einer Position Die es auch nicht gibt Weil wir haben keinen Achter eigentlich Und Ja Der spielt halt Achter bei uns Was komplett dumm ist Den da spielen zu lassen So So Die kommen näher Was muss da was im Weg sein? So Ja, Problem ist halt, wir müssen malen und Adahimi auch spielen und nicht, äh, Punt auf außen. Punt muss auf die 10. Er hat auf außen nichts verloren. Okay, die haben wir besiegt. Gucken wir uns mal deren Loot an. Ja, Brandt und Reuss müssen von Anfang an spielen, also einer von beiden. Wir brauchen eine 10er. Ohne 10er zu wenig Kreativität. Deswegen kein Pfiff 2-2-2. Aber mal gucken, wir werden ja sehen gleich, was die machen. 20, 30 ist das Spiel heute. Dann sehen wir doch, was Sache ist. Ich meine, Heidenheim ist jetzt auch kein Gegner, wo man das System testen müsste groß. Äh, da kann man eigentlich einfach, ja, mitnehmen, was da ist, sag ich mal. Muss ich da hin? Sieht so aus, ne? Also, alles andere als ein deutlicher Sieg wäre eine Enttäuschung. Aber, was man halt auch sagen muss, das war gegen Bochum genauso. Alles außer ein deutlicher Sieg ist eine Enttäuschung und das war eine Enttäuschung. Von daher, ja, mal gucken, was kommt. So, wir landen. Ne, ich spiel keinen Kick-Bass oder irgendwie sowas. Kein Kick-Bass, kein Comunio, kein... keine Ahnung, was es noch gibt. So, auf zu Niakalu. Mein Vater hat mir Röntgenaufnahmen geschickt. Jetzt kommt gleich, kannst du das einmal drucken? 100% kommt es. Oh, hier kann man auch verkaufen. Let's go. So. Die machen ja aber keine guten Preise, habe ich so das Gefühl. Ich kann auch irgendwie aus dem Schiffs-Inventar verkaufen. Die machen wir das so. Nicht die Dietrich, für die brauche ich, ne? Wie viele Sukkulanten ich da hatte, ne? Unfassbar. So, Anzüge. Habe ich gerade meinen aus Versehen verkauft? Ich kann nicht zurückkaufen. Wie asozial. Der hat den direkt wieder drin als teures Angebot. Welchen ziehe ich denn jetzt an? Welcher ist besser? Ziehen wir den an. Äh. Den löschen wir. Okay, dann haben wir den, glaube ich, automatisch an. Vielleicht, hoffentlich. Achso, da hat kein Geld mehr. Ja. So, auf zur Optik. Mal gucken, was die uns zu sagen haben. Da kam auch schon die weitere Nachricht. Kannst du das einmal drucken, oder? Ich soll das runterladen. Ich bin sicher, dass sie nicht mehr sterben wollen. Es ist ein stück und schreckliches Leben. Aber sie haben es selbst gebracht. Du hast gut gehalten. Ein Kurier kam aus Akela. Ja. Ja. Okay. Na dann. Auf zu dem Typen. Trucks in Space. Ja. Ja. Wenn ich mal eine Firma gründe, nenne ich die auch irgendwie. weiß. Irgendwas. Eigentlich nicht. Eigentlich hatte ich schon einen Namen, als ich die Selbstständigkeit durchgezogen und eine Firma daraus gegründet habe. Ich habe sogar die Domäne gesichert. Respekt soll ich sein. USB-Stick soll ich mal ein Verlangen haben. Habe ich irgendwo einen USB-Stick rumliegen? Kann man welche kaufen, USB-Sticks heutzutage überhaupt noch? Ist der das? Ja. Merci. Bier gibt's. Turn da zurück. Ja. Entschuldigung. Ja. Ausatmen. Ja. 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 Wunderbar. Ja. 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 Okay. Verdammt schön nicht zu sehen. Was wollte ich dir darüber erzählen? Splendid. Splendid! Es ist eine noble calling, ein Freestarranger. Wir könnten sicherlich mehr von euch benutzen. Guten Tag. Ich würde gerne mit Ihnen reden. Vielleicht muss ich näher kommen. Schauen wir mal. Zeit ist... Ich bin sicher, dass ich dir nicht erzählen muss, was ein Entschuldigung es ist, ein Schiff zu direkt aus der Factory zu haben. Oh, Justiz muss werden. Und je schneller, je besser. Okay. Das ist... gute Nachrichten. Ich schreibe meine Leute, um ihn nach Hause zu bringen. Natürlich. Das bedeutet nicht, dass dein Arbeit fertig ist. Ich will den Tiefen gefunden und es überprüfen, um den vollen Entschuldigung. Ich bin sicher, dass ich nicht muss mich erzählen, von meiner Position auf der Council von Governoren. Ich bin froh, dass wir uns verstehen. Ich nehme Ron Hope über Benjamin Bayeux jeden Tag in der Woche. Es sieht aus, wie wir haben einen Job zu machen. Okay. Ich sage mir, dass du zumindest einen Weg hast. einen Weg hast. Hm? Oh, was passiert nach dem Schiff hat mich nicht beschäftigt? Was beschäftigt mich? Was beschäftigt mich? Es ist sicher, dass das nicht wieder passiert. Ich bin... nicht sicher, dass ich sehr helfen kann. Aber werde ich antworten. nachdem ich kann. Um... ... 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